Starke Schmerzen im Unterbauch einige Tage vor der Periode sind ganz normal. Wenn du aber unter häufigen Schmerzen in der Beckenregion leidest, solltest du sie nicht einfach ignorieren, denn sie könnten ein ernstes Anzeichen für eine Beckenentzündung oder Endometriose sein. Im schlimmsten Fall könnte es auch ein Hinweis auf eine Genitaltuberkulose sein. Deshalb solltest du aufhören, rezeptfreie Medikamente gegen chronische Beckenschmerzen einzunehmen und deinen Gynäkologen konsultieren, um ernsthafte gesundheitliche Komplikationen auszuschließen. Hier sind sechs Ursachen für Beckenschmerzen bei Frauen, die du noch nicht kanntest. Nummer 1 – Beckenentzündung Sie wird hauptsächlich durch eine bakterielle Infektion der Beckenregion verursacht, die die Gebärmutter, den Eileiter und die Eierstöcke betrifft. Die Bakterien dringen in der Regel aus der Vagina ein und infizieren die Eierstöcke und den Eileiter, was akute Beckenschmerzen verursacht. Einige der häufigsten Symptome einer Beckenentzündung sind abnormaler Scheidenausfluss, Schmerzen beim Wasserlassen und oder beim Geschlechtsverkehr, starke Menstruationskrämpfe und Schmerzen im unteren Rücken. Nummer 2 – Endometriose Bei dieser Erkrankung neigen Zellen der Gebärmutterschleimhaut, Endometrium dazu, schnell auf die anderen Organe wie Eierstöcke, Blase und so weiter zu wachsen. Es ist bekannt, dass Endometriose zu Unfruchtbarkeit und verschiedenen hormonellen Komplikationen führt. Aber sie kann behandelt werden. Einige der häufigsten Symptome der Endometriose sind schmerzhafter Stuhlgang, Schmierblutungen zwischen den Perioden, starke Krämpfe bei oder vor der Periode, rektale Blutungen und Schmerzen beim Wasserlassen. Nummer 3 – Reizdarmsyndrom Reizdarmsyndrom Obwohl Beckenschmerzen meist durch Probleme mit den Fortpflanzungsorganen oder den Harnwegen verursacht werden, können sie in einigen Fällen auf eine Grunderkrankung des Darms zurückzuführen sein. Das Reizdarmsyndrom, das sich durch Durchfall, Blähungen, Flatulenz und Inkontinenz auszeichnet, könnte ein Hauptgrund für Beckenschmerzen bei Frauen und Männern sein. Nummer 4 – Harnwegsinfektion Dass Frauen im Vergleich zu Männern anfälliger für Harnwegsinfektionen sind, ist eine bekannte Tatsache. Allerdings wissen viele Frauen nicht, dass dies zu starken bis akuten Schmerzen im Beckenbereich führen kann. Meistens durch Bakterien verursacht ist eine Harnwegsinfektion durch häufiges Wasserlassen, Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen, Veränderungen der Urinfarbe, üblen Geruch des Urins und Schmerzen im unteren Rückenbereich gekennzeichnet. Nummer 5 – Genitaltuberkulose Es gibt keine bekannte Ursache für Beckentuberkulose oder Entzündungen der Beckenregion. Sie wird auch als Genitaltuberkulose bezeichnet und kann durch die Übertragung der Tuberkulose verursachenden Bakterien in den reproduktiven Bereich, d.h. Gebärmutter oder Vagina verursacht werden. Zu den Anzeichen einer genitalen Tuberkulose gehören starke Schmerzen im Beckenbereich, wiederkehrende Schmerzen im unteren Rückenbereich, Schmerzen beim Wasserlassen und blutiger Urin. Nummer 6 – Eileiterschwangerschaft Im Gegensatz zur gewöhnlichen Schwangerschaft, bei der sich der Embryo in der Gebärmutter festsetzt, gelingt dies bei der Eileiterschwangerschaft nicht. Die Einnistung erfolgt im Eileiter, aber manchmal wird der Embryo aus der Beckenregion ausgestoßen, sodass er sich teilweise im Eileiter und teilweise in der Beckenregion befindet. Es kann auch zu Verwachsungen des Darms, der Blase oder der Eierstöcke und zur Entwicklung einer Blutmasse in den Beckenregionen kommen. Zu den Symptomen gehören Schmerzen im hinteren Beckenbereich, Unruhe, Reizbarkeit und Fieber. Kennst Du noch andere Ursachen für Beckenschmerzen? Schreib sie uns in die Kommentare. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.